Bei mir gibt es endlich wieder was Neues von Sennheiser. Ein sehr goldiges Stück. Dreiseiltechnik Und damit Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe es eben eingangs ja schon quasi verraten. Ich habe mir mal wieder was Neues gegönnt von Sennheiser. Und zwar das, was hier drin ist. Es ist das XS Wireless Digital. Sennheiser hat damit vor gar nicht mal allzu langer Zeit mal wieder eine neue Funksparte bei sich im Sortiment eröffnet. Was ist das Ziel von XS Wireless Digital? Ich habe mir das aufgeschrieben. Ziel von XS Wireless Digital ist, dass es so einfach zu bedienen sein soll wie Kabel. Daher eine sehr kompakte Bauweise. Sie richtet sich an Musiker und Videojournalisten, YouTuber und ja, soll der perfekte Einstieg in die digitale Welt sein. Ich muss sagen, in die digitale Welt bin ich schon seit längerem eingestiegen, aber ist ja egal. Wir gucken uns das hier mal an, denn es ist das Portable Lavalier Set. Eins von zehn möglichen Sets, die Sennheiser Musikern, Videojournalisten, YouTubern anbietet. Um, ja, früher hieß es bei Sennheiser einfach Audio vor Video, ja, das heißt, portable Minifunkstrecken. Und die schauen wir uns einfach mal an. Ich habe mir davon eins gekauft. Aus dem Grund, es ging mir immer auf den Geist, dass ich jetzt mittlerweile mein ganzes Case immer mal wieder für Videos auf dem Dachboden, im Keller, auf dem Dachboden, im Keller, nach A, nach B, nach C, irgendwo hin, übers Auto, nach irgendwo hin, für ein Mikrofon zu bringen. Und da habe ich mir gesagt, das muss auch einfacher gehen. Dann hatte ich eigentlich im Sinn, mir von der Evolution Wireless so eine, ja, Funklösung hier zu holen. Die ist allerdings wesentlich teurer, kostet 600 Euro. Hier liege ich bei 350 Euro und habe quasi, ja, das Gleiche sogar in digital. Und ich brauche mir auch wieder keine Sorgen, um die Frequenzen zu machen. Und damit kommen wir jetzt erstmal wieder zu den ganzen 10 Sets, die Sennheiser zum XS Wireless Digital anbietet. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es ist eine sehr einfache Lösung für Musiker, Videojournalisten, YouTuber, die einfach schnell, ja, ihr Instrument oder auch ihre Stimme vertonen wollen, ohne groß irgendwas einrichten zu müssen, etc. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir das Ding mal auspacken. Da ist nicht viel, was man falsch bedienen kann. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, Sennheiser hat sich das Ziel gesetzt. Es soll so einfach zu bedienen sein, wie ein Kabel. Und das ist es meiner Meinung nach auch, wenn nicht sogar noch einfacher. Kommen wir aber erstmal zu den 10 möglichen Sets, die es von der XS Wireless Digital gibt. Da haben wir als erstes das Vocal Set. Es besteht aus einem Sender mit XLR-Anschluss, einem Empfänger mit XLR-Anschluss, für Handheld-Mikrofone. Und dabei ist auch das neue, günstige Handheld-Mikrofon von Sennheiser XS1. Für 50 Euro kriegt man das so im normalen Handel. In diesem Set ist es bereits enthalten. Das heißt, du steckst den Sender an das Mikrofon und steckst den Empfänger beispielsweise an dein Mischpult. Dann haben wir als nächstes das Lavalier-Set. Es besteht aus einem 3,5 mm Klinkensender mit verschraubbarer Klinke wieder, wie bei allen anderen Bodypacks von Sennheiser auch. Und einem XLR-Empfänger auch wieder zum Anstecken an ein Mischpult. Mit inklusive ME2 und Gürtelhalter, den man optional draufstecken kann. Dann gibt es diese beiden Sets auch noch ohne Mikrofone. Das ist dann das XLR-Bass-Set und das Presentation-Bass-Set. Das sind die eben vorgestellten Sets, halt nur ohne Mikrofone. Dann haben wir noch das Instrument-Bass-Set. Das besteht aus einem 6,3 mm Klinkensender, einem 6,3 mm Klinke-Empfänger. Zum einen stecken eine Seite Gitarre oder Bass und die andere Seite direkt in die Amp. Dann ist dabei noch eine 3,6 mm Klinkenverlängerung und auch wieder ein Belt-Clip. Und dann gibt es noch das Paddleboard-Set von Sennheiser. Das ist speziell für Gitarristen und Bassisten gemacht, denn dort versteckt sich drin ein 6,3 mm Klinkensender und ein Empfänger, der gleichzeitig als Paddleboard dient. Dieser kann direkt am Anfang eurer Paddleboard-Schleife angeschlossen werden und hat integriert direkt ein Stimmgerät und eine Mute-Funktion. Dazu erhaltet ihr auch noch den Belt-Clip und das 6,3 mm Klinkenverlängerungskabel. Wenn ihr den Sender doch lieber an den Gitarrengürtel machen wollt, anstatt direkt in die Gitarre reinzustecken, was bei der Größe aber auch möglich ist. Dann haben wir jetzt die Sets speziell für die Musiker abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu den Sets für Journalisten, YouTuber etc. Dort gibt es einmal das Paddle-Interview-Set. Dort ist ein XLR-Sender zum Anstecken an ursprünglich kabelgebundene Mikrofone bei. Ein 3,5 mm Klinkenempfänger zum Anstecken an die Kamera. Das entsprechende Kabel dazu für die Kamera. Und der Kamerahalter zum Befestigen auf dem Blitzschuh. Dann haben wir das Portable-Lavalier-Set, so wie wir es hier haben. Dort haben wir einen Sender für Lavalier-Mikrofone mit 3,5 mm Klinke. Einen Empfänger mit 3,5 mm Klinke inklusive Kabel zur Kamera. Wir haben das ME2-2 dabei. Das heißt, die neuere Generation von meinem Lavalier-Mikrofon. Das ist jetzt etwas verbessert worden. Und dort bei ist natürlich auch wieder der Belt-Clip für den Gürtel und auch der Kamerahalter, der Bildschuhadapter ist da wieder bei. Dann haben wir noch das Portable-Base-Set. Ich habe das echt super gedruckt da unten. Das sind 3,5 mm Klinke-Sender, 3,5 mm Klinke-Empfänger, Kamerahalter und Belt-Clip. Wenn man ein eigenes Mikrofon hat, sei es ein Headset-Mikrofon oder auch ein Lavalier-Mikrofon, was man schon hat, muss man nicht unbedingt das Portable-Lavalier-Set kaufen, sondern kann sich auch einfach die Space-Set kaufen und kann dann sein eigenes Mikrofon dran anschließen. Und dann gibt es noch für die Profis das ING-Set. Das besteht aus einem 3,5 mm Klinke-Sender und einem XLR-Sender. Das heißt, einmal für Lavalier-Mikrofone, einmal für Handheld-Mikrofone, einem 3,5 mm Klinke-Empfänger. Kamerahalter, ME2 und Belt-Clip. So, da haben wir das. Alle werden, da kommen wir jetzt schon fast zu den technischen Details, werden über den integrierten Lithium-Ionen-Akku geladen. Geladen wird mit einem USB-C-Kabel. Das ist im Set bereits enthalten. Keine Sorge, ihr braucht euch jetzt nicht panisch irgendwo in den nächsten größeren Einkaufsladen begeben, weil ihr jetzt vielleicht kein USB-C-Kabel habt. Das ist da schon bei. Damit kommen wir jetzt einmal zu den technischen Details. Sämtliche Sets senden im 2,4 Gigahertz Bereich, sind somit Anmelde- und Gebührenfrei. Das Ganze weltweit. 10 Milliwatt heißt, wir haben eine maximale Reichweite von 75 Metern. Wir haben die Möglichkeit, bis zu fünf Strecken simultan zu betreiben. Dann ist auch der 2,4 Gigahertz Bereich voll. Wir haben auch wieder das Autofrequenzmanagement drin, wie ich schon bei meinen D1-Funkstrecken habe. Das heißt, du brauchst dich um keine Frequenzen kümmern. Das wird einfach untereinander abgeklärt, welche Frequenz jetzt die beste ist. Dann haben wir aber noch einen Hinweis. Bei XLR-Sets können keine Mikrofone angeschlossen werden, die eine Phantomspeisung benötigen. Denn das bietet dieses Set nicht. Ihr könnt nur dynamische Mikrofone benutzen oder Kondensatormikrofone mit Batterie, die schon so gespeist werden. Phantomspeisung unterstützt kein Set von denen. Dann haben wir auch wieder ein True Diversity System mit zwei innenliegenden Antennen und eine absolute Datensicherheit und Sprachsicherheit. Denn es werden vom Sender immer zwei unabhängig voneinander verschlüsselte Pakete, Datenpakete gesendet zum Empfänger. Und sollte ein Paket in der Zeit zum Empfänger kaputt gehen, beispielsweise fast außerhalb der Reichweite oder ähnliches, kann immer noch auf das zweite Paket zurückgegriffen werden. Das kann entschlüsselt werden. Und dann ist das alles kein Problem. Dann haben wir noch den Vorteil, dass sämtliche Komponenten, wirklich alle Komponenten, erstens einzeln auch noch zu kaufen sind und zweitens sind sie alle untereinander koppelbar. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt aber, keine Ahnung, Sender A mit Sender C, Sender A mit Empfänger C verbinden, das gibt es aber nicht als Set, dann kaufe ich die beiden einfach so. Ob das günstiger ist, weiß man nicht. Aber dann kann ich die auch paaren und schwupps, das funktioniert. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, bis zu vier Sender an einem Empfänger zu koppeln. Heißt, jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt ein Gitarrist bin mit drei Gitarren, kann ich an jede Gitarre einen so einen Sender mir dran stecken, den vorher mit dem Empfänger oder alle drei mit den Empfängern paaren oder mit dem Empfänger paaren und dann immer, je nachdem, welche Gitarre ich nutze, den Sender einschalten. Der Empfänger koppelt sich mit dem eingeschalteten Sender und dann ist gut. Wenn ich dann die Gitarre wechsle, schalte ich den Sender aus, den ich gerade benutzt habe, nehme mir die zweite Gitarre, nehme den zweiten Sender, schalte den an, der Empfänger verbindet sich mit dem zweiten Sender und so weiter. Das können wir mit bis zu vier Sendern machen pro Empfänger. Und was auch noch ganz praktisch ist, ist, dass wir die Mute-Funktion sowohl an Sender als auch Empfänger aktivieren und deaktivieren können. Das heißt, sollte mal irgendwie der Korrespondent oder keine Ahnung wer mal aus Versehigen gegen den Mute-Button kommen, was eigentlich nicht möglich ist, aber kann ja passieren, kann auch schnell auf der Gegenseite wieder entmutet werden und dann hat sich das auch alles erledigt. Dann kommen wir jetzt doch einfach mal zum Lieferumfang. Was haben wir denn in diesem wundervollen Set enthalten? In meinem Portable Lavalier-Set haben wir enthalten einmal den Sender. Das ist der Sender, größer ist er nicht. Der hat äußerst kompakte Ausmaße von 87 mm mal 24 mm mal 26 mm. Passt somit locker bei mir in einer Hand und ist weg. Das ist ganz praktisch. Dann haben wir noch einen Empfänger dazu. Genau gleich in Ausmaße, gleiches Aussehen. Das heißt, man muss immer hinten drauf gucken. Da sind kleine Piktogramme drauf, woran man dann erkennen kann, ob es der Sender oder Empfänger ist. Alternativ sieht man es ja, ob da der Weltclip dran ist oder der Kameraschuh. Dann haben wir dabei ein Spiralkabel für die Kamera. Dann haben wir dabei einmal das ME2-2. Den Kamera-Blitzschuh-Adapter und natürlich den Weltclip, den Gürtelclip. Und wir finden auch noch da in dem Paket drin, ich habe natürlich schon alles ausgepackt, deswegen fische ich das hier einfach so raus, noch das USB-C-Ladekabel. Bis zu 5 Stunden Gesprächszeit haben wir über die integrierten Akkus. Ladezeit sind maximal 3 Stunden und nach einer Stunde haben wir schon wieder 50% des Akkustands erreicht. So, habe ich noch was vergessen? Nein. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal die Systeme ganz unkompliziert an. So, das kleine Piktogramm auf der Rückseite hat mir gesagt, dass hier ein Mikrofon drauf ist. Heißt, das ist der Sender. Heißt, an diesem Anschluss darf ich jetzt das ME2-2 befestigen. Ich weiß, dass diese Systeme eigentlich so leicht zu bedienen sein sollen wie Kabel, aber was der Vorteil von Funkverbindungen ist, du kriegst die Kabel nicht mehr zusammengeknotet. Wenn man dann die Kabel geknotet hat, schließt man einfach den verschraubbaren Klingenanschluss an den verschraubbaren Klingensteckerbuchengedöns an den Sender an, nimmt sich seinen Weltclip, wenn man den dann braucht, und schiebt den Empfänger, den Sender, schiebt den Sender ganz einfach in den Weltclip rein und schwupps hat man seinen Gürtelclip dabei und kann dann sich das dahin stecken, wo man möchte. Weiter geht's mit dem Gegenteil dazu, mit dem Empfänger, der an die Kamera befestigt werden kann. Dazu schieben wir einfach das Ganze auf den Blitzschuhadapter, können uns dann am Spiralkabel vergreifen, auch hier wieder Stecker in Buchse festdrehen und dann kann man hier seine Kamera dran anschließen. Man braucht keine Sorgen haben, dass das abfällt, denn wie bei Sennheiser üblich sind hier alle möglichen Anschlüsse verschraubt. Das heißt, das kann ich jetzt an die Kamera packen. Und dann kann ich mir das noch woanders hinpacken und dann können wir schon starten mit unserer ersten Inbetriebnahme. Aber bevor wir mit unserer ersten Inbetriebnahme starten können, müssen wir natürlich den Akku erstmal laden. Er kommt zwar vorgeladet an, ist ungefähr bei 70% geladen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, sowohl Sender als auch Empfänger haben keinerlei Display, das heißt, du kannst eigentlich keine Statusinformationen ablesen. Das Einzige, was du hier hast, ist eine LED. Heißt, du musst immer so eine kleine Tabelle dabei haben, insofern du noch nicht weißt, was was ist und immer ablesen, welche Blinkfrequenz jetzt für was steht. Ist vielleicht etwas unglücklich, aber ich denke mal, das ist Gewohnheitssache. Dann kriegt man das auch hin. Im laufenden Betrieb, weil da gibt es auch wieder so verschiedene Sachen, der das Gegenstück von dem Verbot, also wenn jetzt beispielsweise der Sender fast leer geht, aber das keiner merkt, weil der beispielsweise am Gürtel befestigt ist, zeigt der Empfänger trotzdem an, dass der Sender bald leer ist durch eine andere Blinkfrequenz und wenn der Empfänger fast leer ist und der Sender das merkt, dann wird da auch eine andere Blinkfrequenz und wenn beide leer, dann... Also das ist etwas kompliziert, da muss man sich vielleicht erstmal reingreifen, aber das ändert ja nun nichts daran, dass wir die ganzen Sachen jetzt hier mal in Betrieb nehmen können. So, wir haben hier Empfänger und Sender. Was müssen wir jetzt tun? Einfach mal in die Kreisfläche drücken, eine grüne LED leuchtet auf und der ist an. Das gleiche mache ich mit dem Gegenstück, drücke drauf, es leuchtet grün, sie ist an, sie blinken, irgendwann haben sie sich gefunden, das dauert gar nicht mal allzu lange und dann sind sie verbunden und dann kann man schon loslegen. Ich habe das Ganze jetzt mal etwas unkonventionell gelöst. Das Ansteckmikro ist jetzt hier an der Herke, das Kabel ist eine Freileitung und den Empfänger, den habe ich jetzt einfach mal hier. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, man kann reden und natürlich ist jetzt gerade die andere Funkstrecke gemutet, worüber ich eben gerade erzählt habe, das heißt, das Mikro funktioniert gerade nicht, es läuft jetzt alles gerade über diese Funkstrecke. Wir brauchen uns auch keine Sorgen wieder über den Gain zu machen, denn es ist auch wieder hier ein Auto-Gain-Modus verfügbar. Sicherlich sind auch da irgendwann die Grenzen erreicht, aber auch da passt sich das System so ein bisschen an. Also auch das ist nicht das große Problem. Und wir haben hier wieder, wenn ich muten will, drücke ich einmal kurz auf den Ein- und Ausschalter und dann ist gemutet, super. Die LEDs beider Geräte leuchten dann gelb auf und dann weiß man, okay, es ist gerade gemutet. Noch ein kleines Wort zur Reichweite. Ich würde gerne den Reichweiten-Test machen. Leider tippt draußen gerade Schneesturm bis zum Abwinken. Ja, ganz Hannover versinkt gerade im Schnee. Deswegen hole ich diesen Reichweiten-Test dann mal nach, wenn das Wetter wieder schöner draußen ist. Aber ich sage mal so, ganz so dramatisch ist das, glaube ich, mit der Reichweite nicht, weil man immer relativ nah an der Kamera steht. Also man wird nie von 76 Metern irgendwelche Anmoderation machen. Deswegen, glaube ich, ist das nicht so das ganz große Problem, wenn denn dann man mal weiter weg steht. Natürlich, so 10, 20 Meter sollte definitiv eine sichere Reichweite sein. Aber 70 Meter ist schon ganz schön. Da braucht man ja schon fast hier so ein Super-Zoom-Objektiv, so ein Riesending, damit man sich dann noch vernünftig sehen kann. Das ist, glaube ich, etwas unglücklich. Aber ich muss sagen, es ist ein super Einsteigesystem. Sennheiser kann damit sicherlich gegen die ganzen anderen digitalen Funksysteme von Rode und wie sie nicht alle heißen, Sony hat, glaube ich, auch welche anstinken. Vielleicht hat diese Serie einen wirklich sehr niedrigen Funktionsumfang, weil du hast ja gar nichts. Du hast einen Knopf und eine LED. Ja, gut. Damit sollte man aber schon ausreichend machen können. Vor allem, weil es wahnsinnig einfach zu bedienen ist. Du brauchst dich nicht um den Gain zu kümmern. Du brauchst dich nicht um irgendwelche Frequenzen zu kümmern. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, dass irgendwie mal der Empfänger leer geht, weil du ihn gerade nicht siehst. Das kriegst du ja eigentlich mit einem Blick auf die LED gleich angezeigt, ob alles noch in Ordnung ist, ob die Funkverbindung steht, ob sie zu schwach ist, ob das gekoppelte Gerät bald leer ist. Das sieht man ja alles durch die LED. Und damit, glaube ich, ist das schon eine sehr, sehr einfache und gute Idee gewesen. Natürlich auch wieder 350 Euro ist nicht das Günstigste. Aber ich denke mal, ich würde auch jetzt nicht, natürlich sicherlich auch durch meine Vorliebe zu Sennheiser, würde ich aber jetzt nicht für 300 Euro Rode kaufen. Da würde ich, glaube ich, doch schon lieber was Renommiertes kaufen von Sennheiser, die mit Funkverbindungen schon etwas länger dabei sind als Rode. Ja, 2,4 GHz ist wieder so ein Thema. Das bringt mich auch darauf, auf ein neues Video, was ich jetzt schon mal anteaser. Ich werde nochmal ein Infovideo machen zu 5G, weil es gab ja schon zur digitalen Dividende 2016 so einige Sachen, die, naja, Probleme bereitet haben im Funkmikroformbereich. Wie das jetzt bei 5G abläuft, die Frequenzen sind ja mittlerweile schon versteigert, und wie das jetzt bei 5G abläuft mit den ganzen Frequenzen und auf was wir uns denn da jetzt einstellen müssen, das erkläre ich mal in einem späteren Video. Jetzt danke ich aber erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns später.